Gestern am 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Grundsteuer in ihrer aktuellen Form ist verfassungswidrig. Das bedeutet konkret, bis Ende 2019 muss der Gesetzgeber eine neue Regelung dazu finden. Es gibt bereits erste Vorschläge für mögliche Reformen, allerdings noch keine finalen Entscheidungen. Fest steht jedoch, für einige Eigentümer könnte die Steuerlast zukünftig deutlich höher werden. In unserem Blogbeitrag erfahren Sie auf einen Blick alles Wichtige. Mein Tipp für Sie, das von der Mehrheit der Bundesländer vorgeschlagene Kostenwertmodell funktioniert wie folgt. Die Bodenrichtwerte sind bekannt. Dazu werden die Baukosten des Hauses hinzugezählt. Jedes Jahr wird ein Teil der Baukosten abgezogen, um der Alterung des Hauses Rechnung zu tragen. Daraus ergibt sich der Kostenwert. Unser Tool zur Online-Wertermittlung nutzt dieselbe Methodik. Bodenwert plus Bau- und Substanzwert werden mit dem Marktanpassungsfaktor kombiniert. Im Ergebnis erhalten Sie einen Richtwert für Ihre Immobilie. Dieser Richtwert kann Ihnen heute bereits einen ersten Anhaltspunkt geben, was das Kostenwertmodell für Sie bedeuten könnte. Vielen Dank, Ihr Bernd Banasch, Makler für die Regionen Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen und den Altkreis Leonberg.